Meine drei größten Mario Kart 8 Ausraster aller Zeiten. Achtung, es wird laut. Platz Nummer 3 ist auf der Kalimari-Wüste und da gab es ein paar Bomben. Der erste ist da vorn. Ey, wer snipet mich da mit der Banane? Erdmann-Fan, wie frech, ey, wie bomben denn noch? Drei Bomben und meine Rote wird geklaut. Und jetzt folgt rein oder ich geb euch auch eine Bombe. Platz Nummer 2 hat mal wieder etwas mit unserem Lieblings-Item zu tun. Wer ist noch Zweiter? Ah, wenn wir doch erst auf jeden Fall. Ey, Erdmann-Fan ist der größte Hund. Das gibt's nicht, innig mal... Erdmann-Fan wird überall blockiert, das reicht jetzt. Und bei Platz Nummer 1 war mal wieder maximaler Betrug auf Yoshis Piste angesagt. Oh, ja, drei Rote und... Meine Fresse, wollt ihr mich verarschen? Zwei Rote nach hinten, ein Blitz, eine Bombe, was kommt als nächstes? Obama, der mir den Backpfeife gibt oder was? Das war's mal wieder komplett. Ganz klar.